Hallo, wir sind das Projekt Elektronische Litfaßsäulen. Hallo, die Funktion, also wie sie funktioniert, ist sehr einfach. Wir haben hier 13 LEDs, die gehen an und aus, ganz schnell, jede Millisekunde gehen sie an und aus und so. Und dann drehen sich die LEDs ganz, ganz schnell und so kann man auch ein Display erschaffen, weil dann gehen sie an und aus und dann kann man auch Bilder und Texte und zum Beispiel so welche Sachen malen oder schreiben. Die Vorteile von dem ganzen Ding sind, dass das energiesparend ist, weil das Display dann bloß zwölf LEDs hat und nicht eine ganze Fläche. Das geht auch leicht zu reparieren und man kann es einfach transportieren. Der Inhalt ist auch leicht änderbar und man kann damit gute Effekte erzeugen. Es ist auch viel gut anwendbar, also man kann es als Wärmeanzeige, als elektronische Litfaßsäule benutzen, da das Display rund ist, als normales Display, als Straßenschild, wenn man es vertikal montiert oder auch in der Disco dadurch, dass es ganz schnell flaggert. Jetzt möchten wir es Ihnen gerne noch live zeigen. Vielen Dank.